Musik Von Januar bis Ende April ist Tulpenzeit. Dann gibt es wieder die fröhlichste Blume der Niederlande in vielen verschiedenen Farben und Formen. Auf dem Damm in Amsterdam wird deshalb zum offiziellen Start der Tulpenzeit der Nationale Tulpentag gefeiert. Und zwar mit einem richtigen, speziell dafür angelegten Pflückgarten auf 2500 Quadratmetern mit ca. 200.000 Tulpen in verschiedenen Farben. Wir feiern hier den ersten nationalen Tulpentag und haben uns mit der gesamten Tulpenbranche zusammengetan. Mit Veredlern, Züchtern und Exporteuren, um den gesamten Damm hier mit Tulpen zu bedecken. Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Eberhard van der Laan durfte jeder ausgestattet mit einer speziellen Blumenhülle nach Herzenslust Tulpen pflücken, um sich so das Frühjahr ins Haus zu holen. Die Niederlande sind größter Tulpenproduzent der Welt. Während der Tulpenzeit werden auf den niederländischen Blumenauktionen bis zu 1,7 Milliarden Tulpen verkauft, die in über 100 Länder exportiert werden. Nach den Niederländern sind die Franzosen, die Deutschen und die Engländer am verrücktesten nach Tulpen. Nationaler Tulpentag. Immer am dritten Samstag im Januar. Nationaler Tulpentag. Immer am dritten Samstag im Januar.